Jawoll! Guten Morgen! Ich bin wieder mal da, euer Pauli. Wir haben ja ein paar Tage keine Filme machen können, weil es gab Dauer, 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 Dauerregen. Jetzt ist der Kai auch schon wieder weg. Das heißt, er fährt heute nach Hause und ich mit Martin. Wir sind wieder alleine unterwegs. Das hat auch sein gutes. Die vier Tage mit Gesellschaft. Ach, das war ganz nett. Wir konnten viel miteinander schwatzen und auch die Erlebnisse untereinander teilen. Jo, ihr Lieben, da in Deutschland, wie ist denn bei euch das Wetter so? Wir haben jetzt fast Schwimmhäute bekommen, der Martin und ich. So viel Regen war. Aber heute soll es trocken bleiben und die nächsten Tage kommt sogar wieder Sonne, 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 Sonne. Da freue ich mich, denn mein Fell ist ja kaum noch trocken geworden. Ja, aber wie gesagt, wir hier in Frankreich, wir freuen uns jetzt auf ein paar Tage, wo es wieder wärmer wird. Ja, war ganz schön kühl und feucht, feucht, feucht. Ja, gerade ist es früh, so 8.30 Uhr. Wir haben vorhin gefrühstückt und jetzt pilgern wir hier über einem Bergrücken in Richtung Kajak. Weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, wenn du mich fragst. Ich weiß es auch nicht so richtig. So in die Richtung. Ja, also gestern, gestern war ein denkwürdiger Tag für den Martin. Da hat er nämlich die 2000 Kilometer Marke überschritten. Jetzt hat er schon 2000 Kilometer hinter sich, zwischen hier und Frankfurt an der Oder. Das ist doch echt eine Leistung von dem Martin, wa? So, wir melden uns bald wieder, versprochen. Und wenn die Sonne scheint, haben wir auch mal ideales Filmbetter. Mach's gut, lieber Noah. Mach's gut, liebe Fans in Deutschland. Euer Pauli.